Hallo und herzlich willkommen bei Red Top Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Dicke und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß! Okay, und dann starten wir mal unsere Reise. Na ja, eine Reise ist das ja nicht direkt. Das ist ja eher... Oh, was anderes. Schiff verbessert. Juhu! Zack! Aufleveln. Oh, der wird jetzt richtig stark. Oh. Meine Nase juckt. Okay. Warte. Wo ist der? Ein Riegel? Ja. Fliege dahin. Wow. Fast drei Minuten unterwegs. Das ist aber ganz schön lange. Dann schauen wir mal, ob wir hier von Materialien haben. Sicher. Erz. Kristalle. Haben wir davon etwas? Nein. Und davon? Auch nicht. Die. Daaaan. Hm. Hm. Diapol. Und dann, da ist noch etwas, eine Nachricht, Update. Okay, dann gehen wir mal zum Bauen. Weiß mal, hier war irgendwas, was ich schnell bauen konnte. Äh, außen. Bis zwei Minuten, verwässert, zack. Fertig. Fünf Minuten. Okay, Forschung. Kämpfe, das kann ich machen, kein Material. Das kann ich machen, kein Material. Das war mein Nasium, was ist das denn? Oha. Drei Stunden, 50. Okay. Noch ein bisschen länger. Fertig. Hä? Hä? Ist da noch ein Schiff? Eine Stunde und zehn Minuten. Ah, er ist angekommen. Einsam hin. Zack. Zack. Bei mir juckt heute alles. Ha! Schnelle Merken waschen. Das ist bestimmt wegen der Mütze. Das ist bestimmt wegen der Mütze. Okay. Jetzt müssen wir noch. Im Mobildus. Ah, da schauen wir mal. Was hab ich gefunden? Was hab ich gefunden? Ich, will ich... Ach, hier den vorne abholen. Einsam hin. Nummer einsam hin. 13 und 170. Ups. 20. Na gut. Wird ein bisschen länger. Außen Postel nochmal los schicken hier. Statt. Ich nenne einen Anführer. Ich nenne einen Anführer. ich brauche einen anführer wer von euch meldet sich brav auf freiwillig die stärkste ist nicht irgendwo dabei 100 ich schaff das sogar allein weil es auch eine dnj passen zwar nicht zusammen weg da dnj und da da 100 perfekt als richtig gemacht toll ist das auch sie möchte nach nummer d rekrutieren rekrutieren und da 3 oh da da und der ist jetzt weg na gut der ist auch unterwegs das schiff was noch muss als nächstes zum nächsten rangen befördern ach der ist auch auf dem schiff das unterwegs ist immer das gleiche mit mir der ist unterwegs die aber ich gehe jetzt bis auf level 10 das ist wahr ja der ist ja unterwegs oder kann ich den trotzdem befördern das finde ich bei diesem spiel richtig logisch ja wenn er unterwegs ist kann man den nicht befördern bei manchen spielen ist das du schickst ihn unterwegs und dann kannst du ihn mal irgendwie aufleveln das finde ich bei dem spiel richtig gut ich habe sofort gedrückt ich hoffe nicht rückruf ich brauche dich einmal mein schiff will liegen hier wird drauf ok hier besiege fünf feinde auf level 13 oder höher ne machen wir nicht baue Thoras Thoras irgendwann mal Reise nach Riegel 7 mhm 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 das war level 13 level 10 boah 18 eine stunde aufwerten ok fünf stunden aufwerten ok eine stunde aufwerten ok wer kommt erst wieder dran warte mal wenn ich den aufwerten muss ich OPS Akademie und das hier auf 11 und OPS auf 14 machen dann werde ich doch erstmal OPS auf 14 dafür muss ich erstmal die Schiffwerfte auf 13 machen Verteidigungsposten A auf 6 ok da bin ich ja gerade bei bin ich gerade Level 3 die Schiffwerfte war hier auf 13 dafür brauche ich Astro Dingensbummens das wird dann der ok boah das dauert aber lange 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 12 Minuten ist der hm 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 ich glaube ich muss mal das abholen 10 Minuten vorbei hoch hm 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 schon fertig Erstmal draußen, der muss nur nicht Level 6 sein, da, Verwaltung, er ist angekommen. Äh, Offiziere, oh er ist weg. Dann gehen wir hier auf, er ist immer noch weg, da ist er, oh nein, mir fehlen noch 400 solche Punkte da, scheiße, wie teuer wäre er gewesen, 500, ja, das kann ich noch bezahlen. Und hier, Verwaltung, Verbesserung, Level Up, Level Up, Level Up. Okay, das war es erstmal. Shit. Schon 6000 stark, wow. Ist das cool? Dann muss ich Ihnen jetzt das zum Arbeiten schicken. Was brauche ich denn, brauche ich Parmastahl oder? Ach, hier steht doch immer auf, was, was er braucht, Schiff, Fahrfolge, Impfstoff, brauche ich nicht. Flüchtling, Unagent, Importieren, ja. Okay. Da ist das Parstahl, Parpastahl, was ich ja immer sage. Also würde ich sagen, ich... Schleichend macht's noch, aber auch fast fertig. Das war's nochmal. Mmmmm. Da-da-ta-ta-ta-ta-ta. level 13 oder höher das kann ich nicht bauen dann als nächstes werden diese die level 10er die kleine level anzeige haben und level 10 das ist ja nicht viel verbessere schiffe auf 13 das muss ich so noch machen aber das dauert noch ein bisschen das meine okay Kann ich nicht... Ach, ich kann wieder was kaufen. Was heißt kaufen? Ein Container. Oh, wie. Das war, kann ich aufleveln und die beiden sind nicht da. Aber, okay, den einen kann ich nicht aufleveln, weil mir so viel, was VR fehlt, den anderen könnte ich aufleveln, aber der ist sechs Stunden unterwegs. Aber ich drücke trotzdem immer wieder drauf, weil ich sehe die zwei immer auch, ach, und da die eins, und da ist auch nichts. Boah, der ist schneller wie der? Ich hab den ja erst losgeschickt. Oh, nee, der bleibt trotzdem schneller. Ja, Zeit bleibt gleich. Also sind gleich schnell. Einmal zerstören. Boff. Boah. Boah. Oh, das ist hier noch was. Hm, wenn ich den habe, oh, ich bin sogar stärker. Ich bin schon so stärker und dann kriegen wir nochmal Plus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kein Problem. Ist noch einer. Oh, das sieht man aber auch glatt. Oh. immer mal auf platt bauen der muss auf level 6 1 bis 5 Minuten ich glaube es soll nicht dass ich das noch mit erlebe so was haben wir denn hier noch hier ist sonst nichts mehr dann machen wir einen kleinen Rückruf wieder drei Minuten weg und ich schaue mir an und dann krieg ich ihn hier da wird 13er feinde den bauen das schaffe ich nicht gefunden es war besiegt zerstört besiegt da komme ich auch noch hin aber erstmal muss ich hier level den da oben muss ich erstmal aufleveln den kann ich jetzt schon aufleveln ich mache ja erstmal die 6 aufzuleveln damit ich den dann hier aufleveln kann er ist 5 und geht wird gleich 6 genau der ist jetzt fertig knatsch 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 danach mache ich den und dann mache ich den und dann mache ich den und wenn der fertig ist mache ich und wann mal den ach dann muss ich jetzt noch den ja auf 11 aber da ist doch schon einer auf 11 reicht das nicht wenn der auf 11 ist ne ich geh nach der topi muss auf 11 sein ok und der muss auch noch auf 11 das dauert ja ewig ok oh ich bin wieder zurück dann kann ich den auch reparieren 5 minuten nice fertig mal das kann ich aber noch nicht machen ok schiffsepp schiffsepp ok Tagesziele noch was, Forschung klappt nichts, in der Allianz ist glaube ich keiner, außer ich, ich bin in gar keiner mehr, so eine Schweinerei, Privat, 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 keine offene ein paar Pakti-Gem Ich hatte einen Germanen B, D, J, B, D, J. Ach, alles ist groß, egal. Öffentlich, Info. J, 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 J. Ich werde das Verfahren bearbeiten. Ich möchte rot-weißes nehmen. Ich nehme eigentlich immer rot-weißes. Ich fasse drüber, meistens. Und das ist gelb, oder? Was war das? Okay. 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 Für Gelegenheitsspieler. Okay. Haben wir das? Plünder. Feindliche Eger. Feindliche Vorbote. Ah, baue das. Kristall, Gas, oder R2 ab. Ich müsste R2 abbauen. Naja. Was konnte ich jetzt in der Gilde machen? In der Fraktion. Vielleicht ist das nicht meine Gilde, sondern die Fraktion, für die ich die Queste mache. Schiff. Wie kommt man da an ganz.. Okay. Oh, Intendertrick? Das kann nicht sein. Nein. Ah, Internet doch weg. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. So ein Mist. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Video seid, wirklich viel Spaß und auf Wiedersehen. Noch schnell mein Ticket abholen, da ist es. So, das Bild wird nicht mal gezeigt. Okay. Tschüi-tü-tü.